Bischof Franz Jung, aber auch Dr. Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, oder Achmed Bashtürk, der Vertreter der Würzburger Moscheen, sie alle haben an Einigkeit appelliert. Sie haben Einigkeit demonstriert und haben gebeten, dass diese Geschehnisse nicht dazu führen, dass die Menschen sich teilen lassen, so wie man das im Moment hier erfährt, sondern dass es auch ein wenig dazu führt, dass die Menschen auch wieder beieinander stehen, dass sie versuchen, diese Geschehnisse zu nutzen, um noch näher aneinander zu rücken. So, ich glaube, wir werden später nochmal zu entscheiden. Vielleicht setzen sie sich zunächst mit dem Herrn auseinander. Wir kommen später nochmal zurück nach Würzburg und machen erst mal weiter. Und damit zum Sport.